Also den nehm ich jetzt nicht raus, den Merchants, den Wokern, weiß ich auch nicht. Wenn ich hier fahre bald Romatra, ist der wichtigste, wenn wir den Kill haben, ist alles fein. Okay. 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 Ich weiß, irgendjemand war auch in den Camps, hat auch gesehen, als ich aufs Lifeline rausgelaufen bin. Hoffentlich hat sie irgendjemand gesehen, aber Camps waren am. Und dann laufe ich hoch, warte mal ganz kurz, wenn du da bei East hochläufst, dann direkt links. Links dann raus, da liegt dann die Leiche von Romatra. Okay. Okay. So, also, Tim Jacken war die ganze Zeit mit Waze links, genauso wie Hanky und ich war die ganze Zeit in den Camps. Was der Chef Schrobel sagt, kann ich bestätigen. Das heißt, wir haben nur noch Caruso, Sabine und Micky. Das ist natürlich nicht geil, oder? Ich habe am Admin Panel die ganze Runde gepimmelt und es waren tatsächlich super viele auf der linken Seite. Es war gerade einer in Lab und ich bin mir nicht ganz sicher, ob auch einer ein Specimen war, aber Micky kam gerade unten zumindest aus Specimen raus. Ich war der einzige Labo und Specimen und ich kann bestätigen, dass du Admin Panel warst, aber ich kann nicht bestätigen, dass du die ganze Zeit da warst. Ich habe den Micky nicht gesehen im Laboratory, aber ich bin auch bei der Kabine. Vielleicht ist auch unten, ich weiß nicht. In der Laboratory und Specimen, um danach. Also ich habe auch, by the way, Romata gefunden, also Romata liegt da. Und die beiden... Und die beiden... Und die beiden... Und die beiden... Da bei East, also ich habe jetzt nicht... Brandon ist gleich, ich weiß nicht, wo die liegt, aber wie gesagt, wenn du jetzt bei... Das hat mich abgeholt. Also ganz kurz, ich... Wenn das stimmt, ist es ultra heftig. Ja, kann sein, aber wie gesagt, ich bin nicht Imposter und ich war heute auch noch nicht einmal im Poster. Und das ist auch nicht die Runde, wo ich im Poster bin. Das hat er letztes Mal auch gesagt, als er dann zum ersten Mal im Poster war. Okay, wie gesagt, ich bin es aber wirklich nicht und ich habe meine Aufgaben gemacht. Ich war komplett alleine, ich habe niemanden gesehen, ich habe zwei Wiener auch nicht gesehen. Also das finde ich... Also das habe ich gesehen. Für die ganze Runde kann sich... Als der Kill gemeldet wurde, wo genau warst du? Drei Leute, die ganze Runde... Aber ich... Welche drei sind das? Caruso. Ich bin nicht auf IMAX zu 100% decken. Ich bin Tim Yacken, Waze und Hanky und mich decken. Vier Leute safe, komplett. Tim Yacken, Trimix, Waze und Hanky und Hanky, ja. Kicken wir wen? Drei hat doch gar nichts gesagt. Hätte ich doch gerade gesagt. Ich war doch live dann, ich habe doch live dann gechappt und gesehen, dass beide tot sind. Ah ja. Miki, Sabino und Caruso, aufpassen. Es gibt hier einen Miki, oh mein Gott. Oh fuck. Oh, ich habe ihn in die Runde reingeschickt. Nur Chefs Vogel. Pst, 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 pst. Also der nehme ich jetzt nicht raus, der Menschens überhaupt, dann weiß ich auch nicht. Also wenn ich jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht raus und matche, dass sie wohnen, weiß ich auch nicht. Unter Electric Hill links neben Communications nach diesem Labyrinth liegt Trimax. Sabine war, okay, sie könnte eventuell da weggewendet sein, das stimmt, nach links Security rein. Sie kam ja aus Electrical rausgelaufen. Ich weiß gar nicht, dass die mir zutraut, dass ich hier irgendwas rauf auf dieser Map, aber ich kann nur sagen. Caruso kam auch von unten und Chefs Vogel aber auch. Ja, ich habe halt Reactor und Dings machen, aber ich habe auch mich gewundert, warum Sabine in Electrical reing ist. Caruso sein, sonst wäre er doch schon längst tot, Leute. True, true, true. Aber du stirbst auch mal als erstes. Ja, true. Aber ich war auch nicht, ich habe diese Taster gemacht und dann bin ich zu Dings hochgelaufen. Electrical, weil ich dachte, der Electrical, das war gar nicht Electrical, sondern dieser... Wo genau liegt denn Max, weil als ich ihm begegnet bin für Electrical, der hat ja noch gelebt. Da bin ich nach oben links, das heißt auch Simulator. Links neben Communication und Electrical, quasi am Vent. Da ist ja diese Spule und da liegt er dran, an der Spule. Da war ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich Sabine in Vent-Kill zutraue, aber im Laufein könnte es Sabine gewesen sein. Hat Tim Jacken nicht letztens schon gesagt, ich bin irgendwo, wo ich nicht war, da unten bei Weapons? Du warst rechts neben Weapons gerade. Tim und Bates. Da bin ich auch dem entgegengekommen. Einer von den drei ist das, wo nichts ist vor allem. Ja, es muss eine. So ist Tim sein. Nein, ich bin es nicht. Ich bin... Chef, weil er gerade auch irgendwas gesagt hat, als wir dich gemütet haben. Was habe ich gesagt? War Tim und Hanky, war Tim Jacken auch einer von denen, die 100% Proof haben? Ja, dann sind es wahrscheinlich Sabine und Chef, I don't know. Oder du. Oder du. Oder ich. Ich bin immer Sass, das ist so Quatsch. Dann ist Chef unten. Warum jetzt mich? Es gibt gar keinen Sass auf mich. Ja, ich habe Chef jetzt gewartet. Warum? Warum hat Chef dann die erste Leichter-Report? Ja, hä? Tim, es reicht mir jetzt. Ich glaube, es ist Sabine. Es ist Sabine. Es muss Sabine sein. Ja, raus mit dir, komm, raus mit dir. Ja, Micky meinte, er war Levitory und Sabine sagt einfach, er war nicht Levitory. Die erschauen und reingehauen. Okay, dann sind es Karu so ein Chef. Wir sind tot. Ja. 20 Sekunden. Ja. Also, warum habt ihr mich nicht rausgebootet? Aber ist egal. Aber das Geile ist einfach, ich schad noch, wieso habe ich Micky nicht gebootet und keiner bootet mich Instagram raus. Ich habe ihm auch nicht getraut, mich zu booten, aber hätten wir es gemacht. Hey, wie schlecht, warum hat kein Emergency gekauft? Ich dachte, Trimax Club macht eine Emergency, weil ich sage, wir sind akustisch nicht verstanden. Ah, mein Nuscheln hat mich einfach gesaved, Alter. Geil. Ja, es ist so einfach, wenn ich immer ein paar Sachen mache. Auf solche Runden kannst du nicht Easy Club sagen, Caro. Es war einfach nur Rache, Romata. Einfach nur Rache. Vor allem natürlich war es ein Easy Club. Was labest du? Nee, nee, du darfst nicht die guten Spieler töten und dann gewinnen und dann sagen, Oh, Easy Club, Easy Club. Dieser Nuschle hat mir die Runde gesaved. Das ist so einfach.